Tipp-Topp gepflegte Sportbeläge sind auch beim Indoor-Tennis Voraussetzung für Top-Leistungen. Auch ein höherer Schutz vor Verletzungen wird durch gleichmäßig gute sportfunktionelle Eigenschaften der Beläge erreicht. Das Carpet Wonder von SMG ist die ideale Lösung für Reinigung und Pflege von Teppichböden mit Granulateinstreuung. In einem einzigen Arbeitsgang werden die Tenniscourts gründlich von Verunreinigungen wie Staub, Ballabrieb und anderem Schmutz befreit. Das spart Zeit und Geld. Das Carpet Wonder vereint drei aufeinander abgestimmte Funktionen zu einem starken Leistungspaket. Zunächst wird das Granulat samt Verunreinigungen aufgenommen und in ein Sieb mit verstellbarer Rüttelfrequenz befördert. Dort wird es vom Schmutz getrennt und kommt am Ende in gereinigter Form gleichmäßig dosiert wieder auf den Sportboden zurück. Ballabrieb, Staubpartikel und andere Verunreinigungen dagegen bleiben im Permanentfilter gebunden und lassen sich später mühelos entsorgen. Die Maschine arbeitet so leise, dass ein Match auf dem Nachbarplatz nicht gestört wird. Für eine ideale Bespielbarkeit des Platzes, optimale Sicherheit der Spieler und den langfristigen Erhalt der Belagsinvestition. Das Carpet Wonder von SMG pflegt und reinigt Tennisbeläge perfekt. Das Carpet Wonder von SMG pflegt und reinigt Tennisbeläge extrem unterliegt TennisON. Vielen Dank.